Da war doch jetzt was, da hab ich doch jetzt was gehört. Wo? Hol den Vorschlag, komm mal. Sie haben uns... Ein Denkmal, Gebhard. Als wenn ich dich nicht erkenne. Ekelhafter. Ja, komm noch, komm noch, komm noch. Ich hau dir. Ich hau dir auf die Schnauze, Alter. Komm her! Voll in mir auf Fahrzeuge, Alter. In mir auf Fahrze. Au, uh, uh, da geht er down. Vorschlag haben wir benutzen und... Okay, hier sieht es super aus. Das ist schon mal... Okay, aus dem Vorschlag haben wir. Jawoll! Hahaha. Naja, ich bin ja auf jeden Fall meinen treuen Fans immer noch dankbar, die bei mir bleiben und meine Videos gucken. Ich würd mich über ein paar Kommentare auf jeden Fall freuen. Weil Kommentare sind so eine Sache... Oh! Die sehr geil sind. Kommentare sind mir wichtiger als Abonnenten. Aber... Diese D-Abos sind einfach nur, ähm, mies. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht Abo-geil, aber... Wo ist er hin? Stirb! Ich will jetzt dein, dein, dein Schießeisen haben. Junge! Ich will dein Pum-Pum-Peng! Du hast doch grad geschossen! Och, Mano. Muss ich hier weiter mit dem Scheißding rumlatschen? Hm? Hm? Aha! Ins Gesicht! Dam, dam! Da, dam, da, dam! Walson-Bread! Oh Gott! Die Geräusche! Stirb! Oh! Alter, der schießt ja auf mich, der Vogel! Wie viel ist noch drin? Dreier! Jute! Find ich super! Wo, 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 wo? Ist egal! Oh! Wo, wo, wo? Alter, macht mir keine Angst! Junges und Mädels und Mädels und Junges! Und Hannes und Hennes und, äh, wie auch immer es alle heißt, ich grüße euch jetzt hier. Wer so heißt, der kann sich geschmeichelt fühlen. Da oben ist er! Kickt er da runter. Seht er, seht er, seht er, seht er, seht er? Jetzt rinnt er weg. Ekelhafter! Schnell, schnell, schnell! Schnell, 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 bevor er mir zuvor kommt! Da ist er! Ist er auch langweilig. Nur zum, nur zum Schlagen noch. Hat er kaputt gemacht, der Ekelhafte. Ich sag so oft, der Ekelhafte! Ah! Richt mal wieder auf, wa? Hoch! Hoch! Eine gute Idee! Kling, 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 kling. Der Sound beim Hochlatschen ist einfach so das EP-ste, was es gibt in diesem Spiel. Aber wie langsam er läuft! Seht mich an, ich bin Detective! Oh! Ich darf nicht schnell laufen! So kriegst du nie den Matchmaker, Mann, Junge! Wenn er nicht irgendwann mal anfängt, schneller zu latschen! So, den Rest brauch ich nicht. Ist mir scheiß auf, scheiß auf, ist mir scheiß auf, eher. Oder auch nicht. Da hoch! Gut, jetzt nicht lang. Jetzt nicht lang. Da jetzt lang. Aber jetzt nicht weiter. Heißt, ich muss woanders einen Weg finden. Einen Weg vor allem. Ey, ich bin hier schon wieder rum, da geht der Maia auch nicht, wa? Speichertpunkt. Dam, 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 dam. Okay. Oh! Wo? Da! Die Olle! Gruselitsch! Ah, da kommt noch einer! Du zuerst! Du ekelhafte Person! Wer ist nächster? Halt noch einen? Halt noch einen. Wer war da noch irgendwas? Ich hab's ja gehört. Ich bin daneben geklappt. Ein Vogel. Ein Vogel. Dam, dam. Da, dam, da, dam. Gut, da ist Health-Midi-Package. Dingeling-Ding. Schlabalups. Da ist auch noch mal Health-Midi-Package-Dingeling. Ah, da ist ja einer. In-sa-in-sa-ja. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Bist du böse, Junge? Kriegst du aufs Maul. Hast du verdient. Viere. Oh, ist das herrlich. In-sa-in-sa-ja. Wie hieß noch mal die Band, die das Lied gesungen hat? Muss ich nachher noch mal googeln. Da unten ist einer. Nee, doch nicht. Hab ich mich verguckt. Hi. Wie ist das da stehen? Die bestellt und nicht abgeholt. Alter, 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 alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht mal weg. Geht mal weg. Sehr ekelhaft. Halt mal auf. Speichertpunkt. Da hängen sie, da hängen sie. Oh Gott. Öh. Hier heute ich, Mann. Ob der echt ist oder ob das neue Attrappe ist. Ich weiß es gerade nicht. Nach unten. Ey, die Sicht. So schwarz-weiß, verkrisselt alles. Oh. Schleicht wohl auf dem Boden folgen. Da-dam, da-dam. Jetzt kommt wieder diese Kellerdinger. Genau beim letzten Mal war ich hier übelst panisch. Weil ich hatte sowas. Keller? So in einem großen Keller, verwinkelt. Nichts drin. Nebel. Nass. Kriegt die übelste Kretze bei, wisst ihr? Wies da, wisst ihr, man. Wisst ihr? So was mag ich nicht. Da-dam, da-dam. So was mag ich nicht. Da-dam, da-dam. Ich singe, um mich abzulenken. Da-dam. Ich singe, um mich abzulenken. Da-dam. Naja, da ist Exit. Ich habe aber keine Axt. Ich habe... Oh Gott. Hier ist falsch. Da-dam, da-dam. Hier ist falsch. Da-dam, da-dam. Da ist auch falsch. Da-dam, da-dam. Okay, da ist nix. Klatsch, klatsch, klatsch. Ich bin ganz alleine. Untersuche. Ich untersuche jetzt gleich mal dich, Alter. Auf mir so eine Scheiß... ...sicht zu geben. Wie krass das aussieht hier. Tür öffnend. Okay, hier ist nur ein MIDI-Package. Dingeling-Ding. Finde ich gut. Bam, bam. Tür öffnend. Dam, dam. Da-dam, da-dam. Ich laufe im Kreis, oder? Ja. Hier geht es bestimmt irgendwo weiter. Ah! Oh! Ich gucke, dachte, vielleicht kommt hier einer raus, aber dann auf einmal... Oh! Puh! Das war jetzt heftig. Hab da gar nicht mit gerechnet, Mann! Ah! 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 Scheiße, Alter. Das Spiel bringt mich um den Verstand. Wo muss ich denn jetzt hier weiter? Gibt es irgendwo eine Axt? Eine Axt! Ne? Error. Wo komme ich ja weiter? Ach, nee, ach, nee, ach, nee. Ich komme echt nicht weiter, ey. Kann doch nicht wahr sein. Eventuell... Muss ich ja irgendwo hier gucken. Also hier geht es definitiv nicht lang. Das weiß ich jetzt schon mal. Gut. Gehe ich mal da lang, wo ich herkomme. Geheimnisvoll Mysterious. Okay, also da lang nicht. Geh zurück, wo du herkommst. Geh dorthin, wo du warst. Eventuell kennt jemand das Lied. Lied. Ja. Das Lied würde ich jetzt nicht bezeichnen. Würde ich jetzt nicht bezeichnen. Würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ne. Ach, Mann, 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 Mann. Wie bekackt ist das denn? Ich folge einfach mal der Spur jetzt. Da bin ich doch jetzt gerade lang gelatscht, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Alter! Wo muss ich hin? Äh? Äh? Ich rieche drauf. Anstatt einfach die Schroflinte zu nehmen, die Tür aufzuballern und dann reinzugreifen von innen. Nein, ich brauche eine Axt. Denn nur mit einer Axt ist das möglich. Ja, ich folge jetzt einfach mal deiner Schmanzspur, du ekelhafter. Na, na, na. Na, 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 na. Ist doch aber nix. Absolut gar nix. Hm. Sehr mysteriös, das Ganze. Ray Mysterio. Kennt ihr den? Ja, gleich in der Ray Mysterio. Nochmal alles auf den Millimeter genau absuchen. Puppenarm, hässliche Olle, stirb. Kann ja nicht wahr sein, ey. Hä? Was zur Hölle? Bolzenbrett? Da war doch noch irgendwas anderes, oder? Bolzenbrett. Bolzenbrett. Nur Bolzenbrett. Alter Schwede. Bin ich bekloppt, oder was? Ich seh doch da oben, aber, 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 hä? Ey, letztes Mal bin ich doch hier weitergekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich krieg doch noch die Axt. Wat zur Hölle, man. Was? Wie? Wie? Wie?